Die Befragungen im Hypo-Urschuss sind diese Woche zu Ende gegangen. Seit dem 25. Februar 2015 hat der Ausschuss in 16 Monaten 77 Sitzungen abgehalten. Dabei haben wir 124 Ausrüstpersonen 700 Stunden lang überrascht. Grundlage waren 16 Millionen Aktenzeiten, die dem Ausschuss geliefert wurden. Wichtiger ist noch, was nicht geliefert wurde. Bis zum Ende hat sich die Hypo geweigert, dem Ausschuss Akten zu liefern. Und damit sind wir auch schon bei meinem persönlichen Tiefpunkt des Ausschusses. Die ständige Behinderung der Aufklärung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Ausschusses, die eines Rechtsstaates unwürdig ist. Mein persönliches Highlight ist, dass es trotz aller Behinderungen gelungen ist, in wesentlichen Fragen Transparenz zu schaffen. Zum einen konnte ein siebten Bild von untätigen Behörden, Korruption und Aushebelung des Rechtsstaates gezeichnet werden. Zum anderen, dass dem Verbleib der bedrückerische Absicht und wegen der Tiefpunkt von Milliarden bis heute nicht wahrgegangen wird. Ich danke dir für meinem Team, ohne dessen aufopfernde und professionelle Arbeit dies nicht gelungen wäre. Die Aufklärungsarbeit ist noch lange nicht zu Ende. Bis Herbst schreiben mein Team und ich den Endbericht. Also, wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran.